Ist Functional Food wirklich sinnvoll? Ist es gesundheitlich von Vorurteil? Sollte man solche Sachen kaufen? Und die Antwort darauf lautet natürlich Nein. Und ich werde es euch hier in diesem Video mal ganz kurz erklären. Das ist ein relativ unwichtiges Thema eigentlich, aber es haben tatsächlich Leute danach gefragt und deswegen dachte ich, sage ich mal etwas dazu. Also was ist die Definition von Functional Food? Gut, die Definition ist neben der Ernährung, also dass es dir Nährwert liefert, ja Kalorien und die drei Makronährstoffe, hat es noch weitere gesundheitliche Vorteile. Das heißt, ich werde euch hier einfach ein paar Beispiele nennen von Functional Food und zwar zum Beispiel Joghurt mit Kulturen. Ihr kennt, dann wird erzählt, das hat dann ganz besondere Kulturen. Seit neuestem haben wir jetzt hinzugefügt, ja linksdrehende Joghurt, Bakterien und rechtsdrehende, Joghurt-Kulturen und das ist was ganz Besonderes und das Functional Food und somit wird so gesagt gezeigt, dass es noch eine zweite Funktion hat, ne, nicht nur das Nährwert liefert, sondern noch einen weiteren Faktor, ja, der die Gesundheit dann verbessern soll. Deswegen nennt man sowas Functional Food, es hat eine weitere Funktion. Der nächste Punkt ist zum Beispiel Margarine, um den Blutdruck zu senken, kennt man auch, ne, und du kriegst von Margarine alleine, kriegst schon Bluthochdruck, ne, und dann, was macht man, man tut da irgendeinen Cholesterinsenker rein. Dann Getränke mit Vitaminen kennt man auch oder Saft mit extra Antioxidantien steht dann vorne und drauf, so ein großes Plus, Antioxidantien, dann werden da irgendwelche isolierten Antioxidantien reingetan oder Mini-Würstchen für Kinder, aber mit Vitaminen, ja, weil Würstchen sind ja ungesund und dann schreibst du da, kannst du da, aber wenn es Functional Food ist, kannst du da ganz groß draufschreiben mit Vitamin A und Vitamin C und mit allen B-Vitaminen und mit diesen und jenen Sachen drin und so ganz groß angepriesen, ne, Functional Food und das ist super gesund und das ist was ganz anderes und so, ne, das werden wir wieder bei diesem Industriedenken und in Wirklichkeit ist das natürlich alles mega ungesund, ja, und versucht einfach nur, das schlechte Image von einem Produkt aufzuwerten, okay, deswegen macht man diesen ganzen Functional Food Unsinn, um diesen Mist an die Leute doch noch irgendwie verkaufen zu können, vor allem wenn es um Milchprodukte geht und so, ne, die steckt man ja schon überall rein, sogar ins Brot steckt man schon Milch rein, deswegen muss man auf verschiedenen Joghurt verschiedene Sachen draufschreiben und jetzt neue rückwärts salto drehende Kulturen und was du alles haben willst und die Menschen ernähren sich einfach ungesund auch, das ist noch so ein Grund, warum es sowas gibt, die Menschen ernähren sich einfach ungesund und die werden sich nicht gesund ernähren, weil ein Mensch ist das, was ihm gut schmeckt, ja, dem ist alles andere egal, der will nur dreimal am Tag seine Geschmacksbefriedigung haben, der muss essen und diese Befriedigung haben, ansonsten würde er das Leben nicht ertragen und von daher geht man hin und tut dem Menschen einen Gefallen und fängt an, dort isolierte Nährstoffe reinzutun oder isolierte Chemikalien besser gesagt und dann tut man, so gesagt, dem Menschen sein Gewissen erleichtern, ja, jetzt weiß er, er isst nicht mehr diese krebserregende Wurst, wo nur Schädliches drin ist, was aus 100% Schadstoffen besteht, nein, jetzt ist da auch noch etwas Gutes drin, ne, man erzählt ihm, da ist was Gutes drin, natürlich ist da nichts Gutes drin, aber das ist halt so, ne, so ein Mindgame, was man da macht, man will den Menschen so ein bisschen die Angst wegnehmen, so ein bisschen die Sorgen wegnehmen, ne, ja, du ernährst dich nur von Functional Food, alle Sachen haben irgendwelche Extras, die du isst und das ist so gut und du ernährst dich auf einmal gesund, obwohl du dich nur von Dreck und Müll ernährst, also nur von Tierprodukten und aber du isst diese ganzen Sachen, äh, isst nur Functional Food Tierprodukte und die haben alle solche Extras und auf einmal ist deine Ernährung doch gesund, okay, und von daher, äh, was einem aber natürlich niemand erzählt ist, Punkt 1, äh, es sagt einem niemand, was die Nahrung, die man isst im Körper macht, ne, das, äh, müsste eigentlich zur Grundausbildung des Menschen gehören, so wie Deutschunterricht, Matheunterricht, Englischunterricht, so muss man Ernährungsunterricht haben, ne, das ist so ein No-Brainer, das ist sowas von unfassbar, dass es sowas nicht gibt, dass, äh, eigentlich vom Kindergarten auf bis zur zehnten Klasse müsste man Ernährungslehre haben, muss als Pflichtfach, genauso wie Deutschunterricht, 1 zu 1 wie Deutschunterricht muss es gelehrt werden, weil du gehst auch heutzutage raus, draußen auf die Straße und du fragst, zehn Personen hintereinander, isst du einen Apfel, hast du schon mal einen Apfel gegessen und die Person sagt ja und dann sagst du, was macht ein Apfel in deinem Körper und die Person kann dir nicht antworten, okay, und die Menschen wissen nicht, was die Nahrung, die sie essen in ihrem Körper macht, das ist denen auch völlig egal, das interessiert niemanden, die tun irgendetwas in sich rein und das, was sie essen, wird zu einem Teil von ihnen, ne, wie zum Beispiel bei mir, äh, bei mir besteht die Haut aus Pflanzen, meine Knochen sind aus Pflanzen, ja, aus pflanzlichen Bestandteilen wurden die zusammengebaut, meine Augen bestehen aus Pflanzen, ich bestehe komplett aus Pflanzen, ja, mein Garten ist ein, äh, mein Körper ist ein Garten und kein Friedhof, ich bestehe komplett aus Pflanzen, genauso wie, äh, das Skelett von einem Elefant aus Pflanzen besteht und seine Muskeln aus Pflanzen bestehen, alles aus Pflanzen zusammengebaut und so bestehe ich auch aus Pflanzen und das wird einem einfach nie im Leben erzählt, was Nahrung im Körper macht, deswegen kann man den Leuten so einen unfassbaren Müll erzählen, wie zum Beispiel irgendwelche Vitamine in Wurst reintun und dann denkt der Mensch tatsächlich, er isst etwas Gesundes und der nächste Punkt ist einfach die ganzen Zusätze, die man dort hinzufügt, da sind ja alles Isolate, ja, so, und die, das sind isolierte einzelne Nährstoffe, die es in der Natur nicht gibt, zeigt mir einen Baum, an dem Vitamin A wächst oder Vitamin C, ja, oder irgendwelche Sachen, äh, sowas gibt es nicht in der Natur, das wurde von Menschen handgemacht im Chemielabor und das wird den Menschen dann ins Essen reingetan, ist an sich schon schädlich, ja, Isolate sind in allermeisten Fällen schädlich und die in den ganzen, äh, Functional Food, die sind alle ungesund, diese ganzen Isolate, die da drin sind, also nimm nichts davon, hey, jetzt ist das auf einmal gesund und jetzt, äh, haben wir da was Gesundes reingetan und jetzt ist das gesund, du hast da etwas Ungesundes reingetan und zwar ein isoliertes Vitamin, isolierte Mineralstoffe oder irgendwelche anderen isolierten Stoffe und, ja, du hast, äh, das Produkt noch ungesünder gemacht, okay, das erzählt dir einfach keiner, weil du auch nirgendwo gelernt hast, was ein Isolate ist, ja, und die hat auch nirgendwo jemand, äh, gesagt, hey, benutze mal deinen Verstand, überleg doch mal das, was man dahin, dahin zufügt, das gibt es nicht in der Natur, ja, das ist chemisch hergestellt, das muss, äh, äh, erschaffen werden, das muss man irgendwie herstellen und, äh, das Paradebeispiel ist natürlich hier Beta-Carotin, damals die Beta-Carotin-Studie, ja, die berühmte Karrett-Studie, wo man herausgefunden hat, hey, Beta-Carotin-Isolate, ja, hebt das Krebsrisiko anstatt es zu senken, aber Leute, die Beta-Carotin essen, in gebundener Form, also organischer Form und nicht isolierter Form, die haben weniger Krebs als alle anderen, nimmst du nur das Beta-Carotin in isolierter Form, isst es, hast du mehr Krebs, okay, und von daher, so tut man den Leuten die ganzen Isolate da rein und sagt, das ist gesund und der Mensch hat keine Ahnung und beschäftigt sich auch nicht damit, das ist ihm auch völlig egal, man guckt sich lieber irgendwelche Fußballspiele an, zeugt irgendwas am Computer oder macht irgendwas anderes, Hauptsache nicht den eigenen Verstand benutzen, ja, Hauptsache nicht den Grips benutzen und von daher funktioniert das natürlich auch und es ist, es wird immer mehr mit diesem Functional Food und die stecken da in den ganzen Müllen die Produkte rein und, äh, ja, mein Tipp ist natürlich, na, anstatt die ganzen ungesunden Sachen zu essen, die irgendwelche Vitaminchen oder irgendwas hinzugefügt haben, wie wär's, wenn du diese ganz, diese ungesunden Sachen gar nicht erst isst, dann brauchst du die, brauchst du die auch nicht auszusuchen und zwar in der Form, dass irgendwas Gutes da reingetan wurde, wie wär's, wenn du die schlechten Sachen gar nicht erst isst, okay, wie wär diese Idee und, äh, ja, das ist halt meine Empfehlung, ja, Functional Food sollte man absolut die Finger von lassen, es ist ein Scam, ganz klar, es ist komplett, der Bereich Functional Food ist ein, ist ein einziger großer Scam und ist schädlich für deine Gesundheit, du kannst die schlechten Produkte nicht aufwerten, da ist ja immer noch Schlechtes drin, dass wir eine Zigarette, die gesünder ist als eine andere Zigarette, weil die weniger Schadstoffe hat, wie wär's, wenn du nicht rauchst und gar nicht erst damit irgendwas zu tun hast, wie wär das als Lösung, ne, aber dafür braucht es dann Veränderung und das scheut der Mensch natürlich abartigst. Von daher, Leute, mein Tipp natürlich, ernährt euch, wie ein Mensch sich ernähren sollte, ernährt euch von richtigen Nahrungsmitteln und lernt, dass ein Mensch ein Pflanzenfresser ist und verstehst du auch, warum du diese ganzen Sachen nicht brauchst, weil alles, was du brauchst, ist in deiner pflanzlichen Nahrung drin und dann brauchst du auch keine Zusätze mehr da, wo irgendwie irgendwas Isoliertes hinzugefügt wurde, um es weniger schädlich zu machen und dann lernst du auch irgendwann, dass alles vom Tier schädlich ist und alles Pflanzliche immer gesund ist und die ganzen Sachen, die irgendwo hinzugefügt werden, die nimmt man aus Pflanzen, ja, die ganzen Pflanzenstoffe, die hast du in Pflanzen natürlicher, gebundener Form, so wie du sie auch essen solltest und dann hat sich das Thema Functional Food für dich so und so erledigt. Von daher, Leute, kauft niemals so einen Mist, ernährt euch gesund, lernt, was Nahrung in eurem Körper macht, ja, das ist sehr, sehr sinnvoll fürs Leben, das bringt dich weiter im Leben, das entscheidet alles in deinem Leben, wie du aussiehst, wie du dich fühlst, wie du dich verhältst, ob du gesund bist, ob du Krankheiten kriegst, das hängt davon ab, was du isst, ja, es ist deine Ernährung, weil das, was du isst, wird zu einem Teil von dir. Okay, gib mir einen Daumen hoch auf das Video, das wäre super nett und guck dir ein weiteres Video. Peace.